Yo, was geht ab? BurningCrow hier und willkommen zu einem weiteren Black Desert Video für euch. Und ich habe mir heute überlegt, so ein bisschen mal Schattenarena euch zu zeigen, ein bisschen zu erklären, Tipps und Tricks zu geben. Und ja, das ist so der Plan für heute. Und kommen wir schon mal zum Anfang. Sobald wir Schattenarena spielen, arbeiten die Arbeiter nicht weiter. Also die beenden ihren bisherigen Vorgang. Die machen den ersten Vorgang fertig, den die hier jetzt noch haben. Allerdings danach werden die aufhören zu arbeiten. Also es ist so dasselbe Prinzip, als wenn du Offline wärst. Und um da ein bisschen effizienter zu sein, also wer sagt, okay, ich möchte, dass meine Arbeiter aber trotzdem weiterarbeiten, der sollte darauf achten, dass er alle drei, vier Runden aus der Schattenarena einmal rausgeht und dann nochmal die Arbeiter anguckt und da einfach sich nochmal drum kümmert und dann kann er wieder reingehen. Für alle Leute, denen das egal ist, die können einfach natürlich weiterspielen. Und ja, das ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn wir die Schattenarena betreten und wir das wirklich für Geld machen, weil XP bekommen wir da nicht raus, sollte uns klar sein, dass mit Kammer-Silv-Buff wir natürlich viel, viel mehr Kohle verdienen können. Und zwar einfach aus dem Grund, dass mit dem Kammer-Silven-Sägen wir noch jede Runde so eine Kiste bekommen. Und das ist ganz nice. Ohne Kammer-Silv-Sägen bekommt man natürlich auch ein paar Belohnungen raus, allerdings ist das nicht so wertvoll, wie ich finde. Demnach würde ich halt, wenn man kein Kammer-Silv-Sägen hat, lieber grinden gehen oder anderen Aktivitäten nachkommen, weil man da mehr Geld und ein bisschen mehr Progress machen kann. Wenn man natürlich Spaß an dem Modus hat, dann will ich um Gottes Willen keinen davon abhalten, sondern einfach geht da rein und macht euer Ding. Wichtig ist, je mehr Zeug ihr sammelt, desto mehr rohes Silber bekommt ihr am Ende, weil die Sachen werden quasi verkauft und ihr bekommt dann für verschiedene Seltenheitsstufen verschiedene Summen an Geld. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man viel, viel lootet in der Schattenarena. Und sobald der Ladebildschirm vorbei ist, kann ich euch mal den ersten Tipp schon sagen. Da muss ich mal gucken. Stahlos. Hier we go. Okay, konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Was ich euch zeigen wollte, wenn ihr in der Lobby seid und ihr guckt in eine gewisse Richtung, in der Richtung werdet ihr auch rauskatapultiert, ja? Das bedeutet, wenn wir jetzt, sag ich mal, in der Lobby stehen und wir warten auf die Spieler und wir gucken nach Norden, dann wird unser Schwarzgeist auch nach Norden katapultiert. Sorry. So, wir werden jetzt gar nicht katapultiert, das ist ein Bug. Wir versuchen mal Richtung Mühle zu gehen. So, wenn man dreimal springt und dann mit der linken Maustaste klickt, dann schießt man sich so ein bisschen nach vorne. So, hier im Westen ist so eine Mühle und da unten ist eine Höhle. Und in dieser Höhle gibt es krasse Mobs und auch krassen Loot. Es ist sehr, sehr schwierig, die zu besiegen am Anfang, wenn man noch kein Gear hat. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal eine Klasse finden, die wir auch spielen können. Ich bevorzuge Krieger, Mewa, Riese, sowas. Aber wir haben hier jetzt nicht wirklich was zur Auswahl, bis auf die Mewa. Dann nehmen wir uns einfach die Mewa mit und versuchen damit mal so ein bisschen was zu reißen. Mewa ist ganz cool, allerdings hat sie halt keinen Block und keinen Grab. Also es ist schon schwierig. Mit Riese und Krieger ist das natürlich ein bisschen was anderes. Da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, den Gegner zu stunnen und auf dem Boden zu halten. So, am Anfang, was ganz, ganz wichtig ist, Kisten. Kisten haben Priorität. Das bedeutet, wenn wir eine Kiste sehen, töten wir die zuerst. Weil die sind One-Hit und da kann genau dasselbe Zeug drin sein wie bei Monstern. Monstern dauern natürlich länger zu töten. Aber das soll uns jetzt auch nicht abhalten. Wir haben jetzt schon 171 Arka. Wahrscheinlich auch mehr, wenn ich den Hornbogen noch ausrüste. 208, das ist schon sehr, sehr viel. Also jetzt würde ich schon von der Arka her kämpfen gehen. Allerdings haben wir sehr wenig Verteidigung. Das bedeutet, ja, also so ab 200, 210 Arka gehe ich gerne kämpfen. Und dazu möchte ich aber natürlich auch eine gute Rüstung haben. Dass ich 100, 120 oder so VK habe. Hier kriegen wir jetzt ein bisschen. Das sind natürlich nicht die guten Sachen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall die Höhle mal zeigen. Wie gesagt, Richtung Westen liegt die. Und hier an dieser Mühle. Ich werde hier noch ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Verteidigung kriegen kann. Ja, da haben wir jetzt 129. Also das wäre jetzt schon so ein Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich kämpfen würde. Weil einfach die Power da ist. Und das ist sehr, sehr gutes Glück, was wir hier bekommen haben. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Höhle, damit ihr das mal gesehen habt. Sehr, sehr cool. Einige Leute wissen auch davon. Also nicht denken, hier ist High Life und hier ist keiner drin. Hier sind oftmals ein paar mehr Leute drin. Aber wie gesagt, die Chance hier, gute Sachen zu bekommen, ist halt sehr hoch. Weil die Gegner halt stark sind. Das sind halt diese Endgegner quasi mit dieser roten Aura. Und hier haben wir schon eine Libertu. Jetzt haben wir schon 230 Arka. Das ist sehr, sehr nice. Den stunne ich mal, dass er mir nicht wehtun kann. Okay, den kann ich gerade keinen Schaden machen. Jetzt kann ich wieder Schaden machen. Komisch. Da, seht ihr. Also wir kriegen schon ein bisschen Stuff hier. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, die Höhle ist sehr, sehr cool. Gibt sehr viele Mobs und auch sehr, sehr starke Mobs. Deswegen können wir auch sehr, sehr viel Kohle. Weil wir halt viel Material aufsammeln. Viele hochwertige Sachen. Und ja, ganz, ganz wichtig. Ein Tipp zum Anfang noch. Wenn ihr Gegner seht und ihr habt wirklich noch nicht viel Zeug. Ich würde nicht in den Kampf reingehen. Weil der Gegner wird wahrscheinlich auch nicht viel Zeug haben. Demnach lohnt sich der Kampf einfach nicht für euch. Deshalb am liebsten abwarten, abhauen und grinden, bis ihr ein bisschen Stuff habt. Die Gegner hauen mir gerade richtig einen rein hier. Ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch einen Trank. Hier kriegen wir natürlich wieder viel Stuff. Nice. Also wir sind jetzt echt gut bedient hier. Normal reicht das schon. 261, 169. Das ist eine gute Summe. Ich renne jetzt hier den Kreis nochmal nach. Man kann natürlich auch in die Mitte gehen. Da unten war so ein Weg. Da gibt es richtig viele Mobs. Allerdings, ich bin so gut bedient. Ich möchte jetzt hier einfach nur einmal außen rum gehen. Und die nächste Möglichkeit werde ich dann auch die Höhle verlassen. Um ein paar Kills zu machen. Man kann natürlich auch safe spielen. Sich verstecken. Meiner Meinung nach nicht so geil, weil es macht nicht so viel Spaß. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Und demnach, ja, da kann man halt gut 10. Platz werden. 10. Platz ist die Belohnung richtig krass. 1. Platz natürlich noch besser. Aber 10. Platz, das ist so das, was ich versuche anzupeilen. 20. Platz ist auch nicht unbedingt schlecht. Da kann man auch gut Geld mitmachen. Aber 10. ist natürlich so, dass... Oder ich komme ja nicht hoch. 10. Platz ist natürlich so das, was man anpeilen sollte. Und halt das Maximum an Geld rauszuholen. So. Natürlich nehme ich hier die Gegner noch mit. Das Problem ist, wir sind jetzt... Müssen wir aufpassen. Wir dürfen uns halt nicht zu lange in der Höhle aufhalten. Da die Zone. Wir sind jetzt außerhalb der Zone. Die kommt jetzt gleich näher. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich hier auch raus. Damit wir die Möglichkeit haben, wieder in die Zone zu gelangen. Was jetzt auch nicht unbedingt das Problem darstellen sollte. Ich ignoriere jetzt den Rest von den Gegnern hier. Versuche hier einfach schnellstmöglich rauszukommen. So. Dann sollten wir auch gut sein. Also wir haben ein paar Skills. Beziehungsweise einen, der knockdown kann und ein bisschen Schaden macht. Und ein Skill, der... Stun kann. Hier können wir ein bisschen gucken, dass wir natürlich die Kisten wieder mitnehmen. Die pulle ich mal zusammen. Genau wie die Eiernacken. Den Dicken nehmen, steigt raus. Der macht am meisten Schaden. Jetzt haben wir einen Tungrat Ohrring. Sehr nice. Also wir haben richtig viel Damage jetzt. Jetzt wäre es natürlich schön. Jetzt haben wir noch einen Skill bekommen. Sehr gut. Also wir sind ready. Wir können jetzt kämpfen. 275 Acker. Das ist natürlich the dream. Aber wie gesagt, ganz am Anfang kann man halt schon mit weniger anfangen zu kämpfen. Da ist noch eine Kiste. Die nehme ich mir natürlich mit. Da kann immer was Gutes drin sein. War jetzt nicht der Fall. Aber je mehr Zeug wir sammeln, wie gesagt, desto mehr Kohle bekommen wir. Es sind noch 36 Spieler am Leben. Und das ist jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich würde jetzt echt gerne Spieler sehen, weil je länger ich warte, desto eher bekommen die halt auch Power dazu. Ja klar. Ist noch Schmuck. Ist jetzt nicht so geil. Talent. Leider, wenn ich es dazu bekomme. Das Problem ist bei den Talenten, auch wenn man immer wieder Talentbücher aufhebt, kann es durchaus sein, dass das derselbe Skill ist und dass man dann halt nichts dazu bekommt. So. Müssen wir mal gucken. Also der Ring schließt sich hier gerade. Ich versuche mal am Ring entlang zu laufen, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwo was rausliegt. Genau wie der. Und den versuche ich jetzt mal zu geben. Der grabt mich jetzt. Ich mache direkt mal einen Trank an, weil der scheint ein bisschen Schaden zu machen. Nicht allzu viel. Oder doch, sehr viel. Aber sonst nicht davon abhalten. Dem ein bisschen zu geben, ne? Oha. Ja, deswegen. Also Ries ist natürlich richtig tough, ne? Okay, Zone kommt. Da müssen wir weg. Ich werde mal ein bisschen den Sprintsaft aktivieren hier. Jetzt haben wir noch einen besseren Skill bekommen, den ich auch im Rennen aktivieren kann. Der Riese hat Damage gemacht. Das hat mich echt gewundert. Oh boy. Oh boy. Okay. Der ist jetzt tough. Also 30. Platz sind wir schon mal safe. Den gebe ich jetzt mal hier. Der haut ab. Ich glaube, den habe ich gut zugesetzt. Das ist der Riese. Den werfe ich mal ab mit einer Bombe. Habe ich getroffen? Naja, leider nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich hier machen soll. Oh boy. Ach, der Knockdown, ey. Fies, fies, fies. Kann nicht viel machen. Okay, den habe ich. Muss ich weg, weil sonst kriege ich auch Schnauze. Warten auf Cooldown. Und jetzt wieder aktivieren. Ah, jetzt hat die mich vor meinem Skill bekommen. Das ist nicht gut. Come on. Come on, dude. Mein Skill funktioniert gerade nicht. Schade. Ich bin im Arsch. God damn it. Ein Zwanzigster. Leider nicht ganz Zwanzigster geworden. Das wäre natürlich richtig schön. Aber ich bin selber kein guter Spieler. Also ich möchte euch einfach nur ein paar Tipps zeigen. Aber habt ihr gesehen, in der Höhle gab es richtig guten Loot. Da haben wir richtig gut Power machen können. Und wenn ihr natürlich ein bisschen besser seid und eine bessere Klasse habt. Also Mewa ist eine geile Klasse. Die macht mir auch Spaß. Aber mit anderen Klassen ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wie gesagt, mit einem Krieger oder einem Riesen zum Beispiel. Mystique, Striker. Die sind ganz, ganz cool so. Wegen Greifen und so. Und damit macht ihr natürlich ein bisschen besseren Schnitt. Vor allem mit dem Gear, was ich jetzt hatte. Und ja, genau. Guck mal zum Beispiel. Der Krieger, der kann jetzt hier blocken. Richtig nice. Hat so einen Stun von der Ferne, der auch richtig gut Schaden drücken kann. Und ja. Und solche Situationen, wo halt mehrere kommen, das macht der Krieger ganz richtig. Der rennt weg. Haut die nochmal um. Jetzt loutet er natürlich erstmal. Aber das sind so ein paar Tipps. Schade, dass ich jetzt nicht weitergekommen bin. Platz 21. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier ein matter Schwarzfels bekommen. Da sind halt Aufwertungsmaterialien drin. Und hier habt ihr nochmal die Liste. Also für weiße Sachen bekommt ihr 10.000 Silber pro. Das sind jetzt hier 40.000 immer insgesamt. Für grüne kriegt ihr 30.000. Für blaue 80.000. Und für gelbe 400.000. Sehr, sehr cool. Und das ist jetzt eine Summe von 2,45 Millionen Silber in 10 Minuten ungefähr. Zusätzlich haben wir noch diese Truhe von Kammer Silf. Und ja. Das zeige ich euch jetzt mal, was da so drin ist. Damit ihr nochmal einen Blick habt. Und das soll es dann auch von diesem Video gewesen sein. Und ich hoffe, der ein oder andere Tipp war hilfreich. Also wie gesagt. Am Anfang. Wenn ihr zum Beispiel Gruppe spielt. Das ist natürlich leichter, eine bessere Platzierung zu bekommen. Weil da seid ihr drei Mann. Das sind dann 20 Teams. Weil das oftmals 60 Leute sind dann in einer Runde. Dann habt ihr 20 Teams. Und ja. Da Platz 10 zu erreichen ist natürlich viel, viel leichter als im Solo. Und genau. Also wir haben jetzt hier die Beute. Die kann ich hier nicht abholen. Dafür muss ich nochmal komplett verlassen. Und dann zeige ich euch, was da drin ist. Und genau. Also ganz am Anfang, wenn ihr die Runde startet. Solltet ihr gucken, in welche Richtung möchte ich. Da guckt ihr halt in der Lobby dann in die Richtung, wo ihr hin möchtet. Im Team ganz, ganz wichtig. Dann sagt ihr ja, okay, ich gucke jetzt nach Osten. Und dann werde ich nach Osten geschossen. Lasst unser ganzes Team nach Osten fliegen. Um da wirklich zusammen zu bleiben. Ganz, ganz wichtig natürlich am Anfang. Hier kann ich jetzt alles abholen. Also hier unten ist der Knopf. Tresor des Schwarzgeistes. Da ist auch euer Familienruhm jetzt immer drin. Den ihr täglich bekommt. Genau. Das kann ich jetzt einfach mal alles abholen. Inventar. Ja. Ist mir egal. Und genau. Also am Anfang nicht kämpfen, sondern wirklich looten. Bis ihr 200 AK habt. 100 bis 120 VK. Und dann seid ihr gut bedient. Und dann könnt ihr in der ersten Runde schon mal abgehen. Sobald der Ring dann kleiner wird, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr ein bisschen mehr Power bekommt. Und ja. Genau. Also wir haben jetzt hier keine Aufwertungsmaterialien. Das ist jetzt ein Stein gewesen. Hier sind jetzt drei Schwarzstein Waffe. Drei Schwarzstein Rüstung drin. Die haben wir hier bekommen. Das könnt ihr ja hier sehen. Ich hoffe, mein Kopf ist da nicht im Weg. Ja, das kann man sehen. Und dann haben wir natürlich noch die Kornsteine. Gut, die habe ich. In der vorigen Runde habe ich ein paar Kornsteine bekommen. Und die Kiste. Die können wir jetzt auch mal aufmachen. Gut, da haben wir jetzt fünf Schwarzsteine bekommen. Da hätte natürlich auch vieles, vieles mehr sein. Also Schmuck. Ich habe zum Beispiel letzte Runde von einer weißen Kiste. Ja, da war ich irgendwie Platz 40 oder so. Habe ich von einer weißen Kiste bis die Zielhalskette bekommen. Also da gibt es schon richtig gute Sachen. Und ja. Ja, das ist eigentlich erstmal alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht hoch platziert wurde. Aber ich hoffe, ich komme trotzdem so ein bisschen Informationen übermitteln, um euch die Schattenarena ein bisschen zu erklären. Wenn Fragen da sein sollten, bitte in die Kommentare schreiben. Falls ihr irgendwas vergessen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Für euch Schattenarena-Profis da draußen. Korrigiert mich gerne. Ich bin für Feedback immer zu haben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch helfen. Macht gutes Geld damit, solange es geht. Wahrscheinlich geht es für immer, weil das ist ja kein Event oder so. Aber wie gesagt, kann man selbst sägen und dann sollte das funktionieren. Sucht euch ein gutes Team und dann macht ihr schön Kohle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht das gut. Peace. Jetzt mögliche�� , psft fallen. Danke. Danke. Vielen Dank.